So meine Lieben, heute haben wir wieder einen Termin, einen Grundbuchtermin und ich Idiot habe meine Jacke vergessen und im Schatten ist schon kühl, ich will nicht immer alles, aber jetzt geht es noch. Ja, ich gratuliere M und S und ja, ich mache dann ein Foto, schicke es euch und das Originalgrundbuch behalte ich dann im Café und das könnt ihr dann abholen und wie ich schon oft gesagt habe, das mit dem Grundbuch ist so, dass es nicht wie Geld, wenn ihr es verliert und das jemand findet, hat er nicht jetzt die Wohnung dann verdient, sondern das ist wie mit dem Fahrzeugschein. Ihr müsst es, riesen Bearbeitungsaufwand, deswegen kann das nicht der, der das rumliegen sieht, dann auf sich oder so umschreiben, das geht nicht, das geht nur mit vielen, ob es Notarbelege sind oder ihr müsst dann dabei sein. Okay, nur so als Hinweis. Also, ein Grundbuch ist nicht wie ein Geldschein, das lässt man irgendwo liegen und vergisst es und dann hat man das Objekt verloren, sondern ein Grundbuch ist wie ein Fahrzeugschein etwa, total sicher und es geht nur mit euch persönlich. Okay, soviel von mir meine Lieben, ich warte noch auf meinen Namen, weil ich muss heute, ach ja, heute kommen Möbel und habe ich Angst, wo er, wie geht es? Wie geht es? Wie geht es? Wie geht es? bist du mit Mohammed? herein, wir liegen mit uns, bis wir uns zu Hause. Oke, danke bin ich. Energie ma, wir gehen? Energie ma? Ja, jetzt bin ich deserved. Oke, okay. Hier gibt es eineina, wir leben wollen. Hast du mit mir? Ah, hier kommt, wir haben. so meine lieben also jetzt machen wir das grundbuch und dann haben wir es erledigt danke liebe grüße bis zum nächsten video